Musik Ordnung ist alles. Ordnung ist alles. Okay, wir brauchen auf jeden Fall mehr Teil. Ach, Warngewicht. Mann, scheiße. So, wo ist der jetzt mit dem Trike? Wo ist der? Okay. 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 Petra, guten Tag. Was ist das mit dem Triken? Was ist das mit dem Triken? Der ist nicht da. Was ist das mit dem Triken? Was ist das mit dem Triken? Was ist das mit dem Triken? Bist du wieder da, Gell? Hallo? Hallo? Ja! Sag mal, wo hast du dich mit dem Triken verpisst? Ja, da um die Ecke. Ich wollte ein bisschen... ...methauen. Ah da? Jetzt sehe ich dich. Der andere Triken will da dauernd, der schnüffelt da immer am Arsch von meinem Triken rum. Komm geh weg alter, blockiert mich da voll. Dummes Vieh. Ah, level 15 männlich. Deiner ist glaube ich weiblich. Ja, Daniela. Na klar. Okay. Das gibt komische Geräusche von sich. Da hab ich mich gerade krass von der Freude angekackt. Hast du nicht mitgekommen? Ja. 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 Ja, ey! Drauf geschissen. Ey, das war ein Fordensscheißer. Fordenskacksi. Meep meep. Aus der Bahn. Sind du voll auf Geschwindigkeit geskillt und kannst du dafür nichts tragen oder so? Äh, ne, ich hab 3 mal, glaub ich. auf geschwindigkeit und ich kann 300 tragen also hast du metal doch nicht ich brauch mal werkzeug beim anständiges für eine dritte achs brauchen wir noch ein dass sie es mutter sie sind ja die knallen hier immer noch draußen was soll die scheiße menschen siehst du richtig sexy aus mit einem langen bein und dann in leder mit der was schönes zusammengepastelt mann 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 ich hab mich hübsch gemacht ich bin b das ist die Kinder und Müll endlich wegschmeißen wird zu leben oder welchen der Steinzeug die alle Kasse wegkommen Berlin kann man so nicht tun das könnte es sind 1-Metall-Metall-Metall Warum hast du nicht wieder 2 Brennöfen gebaut? Naja, um mehr Kapazität zu haben 2 Brennöfen brennen doppelt so schnell, jetzt am Anfang natürlich nicht Wir brauchen doppelt so viel Platz Kästen sind eigentlich auch um so tier, ist egal Naja, Kästen jetzt wahrscheinlich nicht Hey, das heißt das Floß kann man eigentlich auch ein Stargate bauen, oder? Könnte man ja Das ist ja cool, da drüben ist wieder so ein Scheiße Firebear Wo? Da, genau gegenüber von uns Ach da, ja das ist glaube ich der 130er Der hat mich One-Hit gemacht Kann man den nicht auf Entfernung vom Wasser aus irgendwie? Irgendwie Naja, ich denke mal, dass es so wie mit den Raptoren ist, ne? Ne Alter Naja, aber mit dem Raptor war es halt so, dass der an Land und dann in Ohnmacht gefallen ist Wenn der im Wasser ist und in Ohnmacht fällt, dann ersäuft der Weißt du? Und am Land glaubts kommt er trotzdem aber auch Am Land würd ich sagen, dass wir uns auf den Stein stellen oder so Da glaubst du jetzt Blödung kann ich draufkette? Ja Ja Aber der ist 130, ne? Der schluckt einige Narko-Pfeile Einen Wappen noch Sag mal Etra 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 ist einfallsreich der Name Hä? Oh man, ich bin direkt stolz auf deine Kreativität Auf Petra? Der Petri namens Petra Ja Ich dachte mir das passt Ok, ich soll gehen So Das einfachste wär eigentlich ein Petri zu skillen auf Gewicht Und dann vom Petri aus das Ding zu legen Aber da müssen wir erstmal 35 sein, dass wir einen Sattel herstellen können So Pfeile müssten für den ausreichen, das sind jetzt 86 Aber, naja Ui, was hast denn du hier gemacht? Du fängst... Mensch, cool Sieht schick aus, das Häuschen Ja, na Irgendein anderer hat gesagt, er baut Decken, oder? Wie sind da alle drinne? Ach, cool Was hast du denn? Alle Decken sind drinne Liebe Zuhörer und Sieher So, danke Das war jetzt meine Strafe Uuuu Die war ja heftig Naja, warte, ich kann doch ein Speer holen Oder warte, ich verfolg dich mit Track Ja, attack mich mal Ich mach dich wohl nicht mit Track Na siehs, das geht nicht Warte Ein Glück Warte, bleib mal da mit dem Track Ich hab ja noch Bären für den So viele Bären drinnen schon So Achso, ich hab ja Ich hab ja gespeichert Ähm... Ich hab mal Ausflug Wohin? Für... Totenkopfinsel Bist du irre? Weißt du, was da rumkreucht und fleucht? Eine einzige Schlange und ein einziger Fliedermaus Hehehe Genau Das letzte Mal war nicht mehr dort Nein, ach, ach, das meinst du Die... Ach, der Totenkopfinsel, stimmt Ja, da gut, okay Da könnten wir hin, aber das ist ganz schön weit, ne? Ja, da gut, okay Wieso? Wieso? Guck mal auf die Map Das war nicht mehr an Zigarettenlänge, als ich mich so erinnern kann Na dann, wenn du... Wenn du einen Weg kennst, dann... Fahr' mal los Aber lass... Ich kenne den Weg nicht, du kennst den Weg Du kannst auf der Map gucken Bei... Ich rauch da... Bei 90, 70 ist da... Oder bei 90, 65 ist so ein schwarzer Fleck auf der Map Da müssen wir hin Mach die Tür zu, dass die Arme da drinnen nicht krippiert werden Der ist natürlich Und die anderen zwei Kackies lassen... Also... Ja, die müssen wir jetzt hier lassen, ja Ach, das ist eine Weile, oder? Brauchen wir ihn nicht Werkzeug haben wir Werkzeug haben wir, ja Werkzeug haben wir, ja Ja, dann können wir Metall holen Welchen Level können wir Petra Sattel bauen? 35 Tschüss Tschüss Wir kommen wieder Es liegt in deinem Wasser Guck mal, ich kann trotzdem winken Oh, naja Wie geht das? Die Taste? Ich hab die Gesten-Tasten auf U und J gelegt Geste 1, Geste 2 Das ist unter Einstellung Und dann... Von den... Von den Hotkeys... Die linke Spalte Ganz unten Fahr du mal weiter, ich hol noch einen Kaffee Ist das auch hier Ist das auch hier Left Bracket, Right Bracket Problem hatten wir schon das letzte Mal Halt's Maul Halt's Maul Gush Halt's Maul Halt's Maul und nicht Nicht, um geht das nicht WTF Ah jetzt gehts Mit wehenden Fahnen werden wir untergehen Na, wenn wir nicht mehr fahren, genau so. So, wieder da. Hilfe, du weiter. Faules Stück. Immer die Frauen, ey. Ich kann nicht fahren. Die Hand nehmen wir abkönnen. Ähm, im linken Ofen müsste noch Metall sein. Schmelz das mal bitte. Ich muss meine Spitzhacke reparieren, die sind wieder fast kaputt. Wir brauchen unbedingt ein Blueprint mit einer besseren. Mach mal Level 25. Wenn du blaue Airdrops siehst, sag Bescheid. Dann lupen wir die. Also ich. Oh, da oben der Bronto. Oh, der tut mir echt leid. Aber die sind noch super Thamen da oben. Ne, der läuft dann runter. Ja, der läuft dann runter. Da neben ihm, da sitzt ne ur viele Viecher um. Ja, da ist ein Gully. Ne, ein Para und ne Schildkröte noch. Doch ein kleines Vieh und was. Ja, ein Para und ne Schildkröte. Der arme. Kann man da irgendwie hochgucken? Was da noch so gibt? Ne. Schade. Äh. Boah! 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 Wie fahren wir denn? Ich war noch im Kar. Ah, das Wasser sieht echt cool aus. Dass sie mal rausgehen in die Natur, die blöden Zocker, freuen sie sich über das Computer-generierte Wasser Ja, ist doch geil, oder? Das ist viel cooler, als wenn ich jetzt hier an so einen Steinbruch gehe, ist das Wasser viel ekliger Und da gibt es echte Gelsen und echte Menschen Echte Gelsen? Mücken Schnaken Oder ich weiß nicht, wie ihr das bei euch habt Ja, Mücker, Schnake ist sowas Großes Sonst hast du's Gelte Ergößen Äh, wir machen Ja, okay, wir gehen jetzt mal eben Wir machen noch einen kleinen Abstecher zu der Insel, die gerade zu ist Weil da ist nämlich unten eine Bucht Und in der Bucht sind auch ein paar Metallfelsen Aber ich glaube da waren auch Sarkos Also Haie waren auf jeden Fall in der Bucht, da müssen wir direkt an Land gehen Aber ich glaube da waren auch Sarkos und Kanus und Raptoren und so Äh, ne, dann fahren wir lieber... Ja, wir gucken erstmal, wir gucken erstmal Gucken kostet nichts Und der, den grünen Airdrop hier, den nehmen wir auch gleich noch mit Ah Äh, wo ist Pfeil am Bogen? Narko Gefällt mir besser als die blöde Steinschleuder Ja, dann pack die Steinschleuder da mit rein Gut Warum ja eh nicht mehr das ganze Fuck-Zeug Ja, lass drinnen Nimmt ja nur einen Slot weg Ja, jetzt sinds drei Ja, nehm drei Viele Teile kann ich nicht hören Na, ich nehm alle Also, ich hab aber keine, ne, ich hab alles was ich hab, hab ich reingetan Oh Muss ich dich wieder mal verteidigen So, wir warten mal noch, bis der Airdrop runterkommt Das ist ja wieder so ne friedliche Insel Ich will nämlich, wenn wir da auf die Totenkopf-Insel gehen Hätte ich gern schon vorher ein bisschen Metall, dass wir uns pieken machen können Weil gelernt hab ich's schon Also wir brauchen halt zehn Metall See you guys See you guys See you guys Airdropa Also wir brauchen uns mal